Ach, du grüne Neune, ich hab's geahnt. Ist doch nicht schlimm, Mami. Ich hab nur den Rückheckspruch vergessen. Nicht schlimm? Weißt du, wie die Tanne vor dem Rathaus aussieht? Und die vorm Bahnhof? Und die vor der Sparkasse? Nein. Genau so wie unser Gebilde hier. Was? Schräg? Und mit Stufen bis oben hin. Das kann doch nicht sein. Ist aber so. Vorm Rathaus laufen die Kinder schon lachend die Tanne rauf und runter. Wenn die großen Tannen alle verhext sind, was ist dann mit den vielen normalen? Ich meine, mit den kleinen Weihnachtsbäumen in der Stadt. Wenn wir Pech haben, hat's die auch erwischt. Auweia. Bitte, Mami, hex alles zurück. Aber mit Ene Mene Moor geht es leider nicht. Da nehm ich einen anderen Spruch. Ene Mene Hexenglück, nimm die Hexerei zurück. Hex, hex! Ach, Mami! Das darf ja nicht wahr sein. Barbara, bitte tu was. Bist du eine Hexe oder nicht? Ja, ja. Ich schau mal in mein Hexbuch.